Das neue Stones-Album, Mick Jagger und Keith Richards in Bestform Das Rolling Stone Magazine schreibt, es sei das beste Album der Stones seit einem halben Jahrhundert. Der britische Independent sagt sogar, es sei ihr Bestes seit den 70 Jahren. Wir haben unsere Pop-Korrespondentin Anja Casperi gefragt. Wie gelungen war die erste Single, Angry? Anja Casperi, naja, sie war ein schmissiger Album-Opner, aber wurde überschattet vom sexistischen Altherren-Video, in dem sich ein halbnacktes Mädchen im und auf einem Cabrio räkelt. Für 2023 schon extrem unangemessen. Ich hatte also nach dem Video nicht viel erwartet und muss nun mit Erschrecken konstatieren, Hackney Diamonds ist richtig gut. Von den zwölf Tracks ist einer besser als der andere. Das ist fast wie mit Rumors von Fleetwood Mac, voll durchhörbar, brillante Songs. Es gibt keinen einzigen Ausfall. Woran liegt es? Casperi, am Songwriting, an der Produktion und vor allem an Mick Jagger. Der präsentiert sich in Topform, er knurrt, er schreit, er schmelzt mit der Vitalität eines jungen Mannes, seine Stimme klingt absolut frisch. Vielleicht hat er intravenöse Sauerstofftherapie gemacht oder extremen Ehrgeiz entwickelt. Hat er eine neue Freundin im Alter seiner Enkelinnen? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt's auch an Andrew Watt. Casperi, der New Yorker ist bekannt geworden als Produzent von alten Hardrock-Haudigen wie Pearl Jam und Metallica, hat aber auch R&B-Girls wie Miley Cyrus oder Rita Orr betreut. Der kann also alt und neu gleichermaßen. Vielleicht hat der 32-jährige ja Mick Jagger Stimme auch technisch aufgemöbelt. Wer weiß. Jedenfalls habe ich mehrmals Gänsehaut gekriegt, immer wenn Mick nach den ersten Akkorden anfängt zu singen, ganz besonders bei der Cantriballade Dreamy Skies. Die hätte auch auf dem 70er Meilenstein Exile on Main Street drauf sein können. Der kann auch hier in meinen neuen Spielern parkern sein können. Der kann natürlich gar nicht genutzt werden. Der kann auch mal passieren. Der kann einfach auf dem척d Level die An ninf ton into cooleren Informationen tun, wenn es in der рублей llegar. Ich hoffe, dass wir vorneαν drei Ourины ausprobieren, haben es genauso wie heute geht. Untertitelung des ZDF, 2020